Der Detektion da, der aber nix sieht. Jetzt weiß ich ungefähr wo man ist. Man hört den Drop und Matt Braxton kriegt sie sogar auf den Track gegen Gold Tracking. Allein jetzt noch gegen zwei, weil ist das beide Richtungen. Die Snaps kriegt hier den Ohm von der Seite. Die Jet ist so ein bisschen stuck an der Wall. Super wenig HP durch den Decay vom Viper. Und Matt Braxton in der richtigen Position hier. Aki kriegt hier den Frag. Aki Donut, einfach hinter der Kiste. Bitte schonmal getabbt. Auch Schlau vielleicht da eben nicht. Oh, der Scan kommt leider durch. Schön gemacht von Aki. Er hat jetzt hier sogar schon Kontrolle von der Seite. Der Track geplant, äh, die Füße am Start. Oh! Was kann er nicht machen? Er hat's gefaked. Oh! Oh! Okay, er faked nochmal. Oh, Koki! Oh! Oh! Gewinnt es sogar! Mini-Kontrolle ist gut. Oh, er sieht den Fuß! Nein! Super an Lucky! Oh, das zieht sich auch nicht. Hier kommt der Widepeak von Vagabond. Oh! Oh, Atuba! Oh, hier mit der Möglichkeit Atuba! Mit einem Doppel-K. Und macht das Ding mit einem Triple-K auf jeden Fall! Gibt sie die Old. Benny-Ass direkt noch mit einem Frag. 4 gegen 2 jetzt für die Verteidiger. Omen auch schon super, super low. Da wird hier rausgenommen. Benny-Ass jetzt hier mit 4 Frags am Start. Mal gucken, ob jetzt hier irgendwie fürs Ace gespielt wird. Ah, und bekommt es tatsächlich noch das Ace. Maxi, hier... Maxi, weiß, er muss durchziehen, sonst ist es das! Und, man muss jetzt irgendwas machen! Oh, Füsch mit der ersten! Füsch mit dem zweiten! Füsch mit dem dritten! Landform, Bubo aber ready, da hat es ein bisschen mit gerechnet, aber Bubo war einfach schneller gewesen. Jetzt kommt hier die Killjoy. Aber der wurde zerstört. Der stört, Breach. Breach kann das einfach auftauchen da. Bubo hier mit dem zweiten Pack. Oh ey Mist. Kriegt den auch von der Seite, Bubo mit dem dritten. Holt hier den vierten. Tickt Spiel auch getaggt. Ja und kriegt den das Ace. Bis zum nächsten Mal.